Hallöchen ihr Lieben und Willkommen zum aktuellen Programmplan vom 10. bis zum 16. Dezember. Und auch diese Woche ist eigentlich alles beim Alten, mehr oder weniger. Denn am Dienstag gibt es noch ein zusätzliches Video. Und zwar vom YTF, vom YouTube-Forum, mache ich das Adventskalendertürchen Nummer 11. Ein klitzekleines Video, kein großartiges, weil ich auch in der vergangenen Woche gegen Ende ziemlich am Arsch war, um das mal so zu sagen. Donnerstag angefangen war ich nämlich irgendwie so ein bisschen krank unterwegs. Am Freitag war dann ganz schlimm, am Samstag hatte ich dann vorwiegen Kopfschmerzen und konnte am Ende des Tages dann trotzdem endlich wieder aufnehmen. Als die Kopfschmerzen weg waren und ich mich auf einmal schlagartig besser fühlte. Yay! Und ja, da habe ich dann dieses kleine Adventskalender-Special aufgenommen. Dafür musste ich tatsächlich nochmal die Playstation 4 irgendwie in OBS, meine Aufnahmesoftware, anbinden auf die Schnelle. War auch ganz drollig. Aber es hat alles geklappt. Und ich hoffe, ihr werdet mit diesem kleinen Mini-Video auf jeden Fall Spaß haben und guckt euch vielleicht auch die anderen Sachen des YTF-Adventskalenders an. Tja, das war es dann auch schon von meiner Seite. Ich hoffe, ihr werdet noch eine schöne weitere Adventszeit haben und seid auch beim nächsten Programmplan mit dabei. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.